ja willkommen mein name ist aniel p und ich begrüße euch zurück zu let's play tell of the hysteria in der letzten folge haben wir den segen von malint wieder hergestellt in dem wir diesen jungen drachen erledigt haben und ja wir müssen uns jetzt im gasthaus ausruhen ja weil sorry ich hatte wieder ein paar marken und vorher gucken wir uns aber noch das geht hier an leilas und etnas fertigkeiten lektion das hier ist ja hier herrscheis landes rohan stufe 2 Normen einstellen. Normen einstellen. Du kannst Normen dem Dienst eines Herrschers des Landes zuteilen, was deine Chance erhöht, Ausrüstung mit den Fertigkeiten dieses Normen zu finden. Allerdings steigen damit auch die Level von Feinden mit diesen Fertigkeitsgruppen in diesem Gebiet. Andererseits gewinnst du durch niedrige Feinde nicht sehr viel Erfahrung. Also kannst du so die Level von Feinden höher halten. Okay. Warum nicht? Gaben einstellen. Wenn du dieser Porto aktiviert hast, kannst du mit Hilfe von Galt zwischen Zweichepunkten bewegen. Ah, ach, so. Schatz mit der Erstellung. Lass dir Schatz mal ein bisschen ruhen, damit sie sich, ja, weiß ich nicht. Wenn man mal Gegenstände anbieten, wie sie hat, nächstes Level erreicht. Also, wenn man die Sachen verwendet hat, kann man die Sachen verwendet. Ich benutze die Uni. hatte ganz viele neue sachen bekommen lehnert sie nicht ausgerüstet aber irgendeiner zu ausgerüstet der 11 kronen gefunden das super zu mit leo damit ist natürlich sehr spannend hier zwei mal gleiche hier wird es wieder sehr schön irgendwann nur einen hat wie das hier zum beispiel hatte welche auch nicht brauchen aber nur eine sache kommt schon ja da zum beispiel so hedeon erkennung und symbol erscheint auf deine navigations kann zeigen dir wo sich helions aufhalten meint wegen segensstufe nicht ausreichend ich kann euch mal jemand hier ist das blöde erstmal so wir haben einige neue sachen gelernt du nicht warum ist er also weil ich will gar nicht ihn steuern ich glaube nicht ihn steuern ich möchte etwas steuern ja so hast du neue sachen gelernt wahrscheinlich habe ich neue sachen gelernt aber wir sind jetzt nicht mehr auf neu weil keine ahnung schon doch voll viele neue arzt erlernt hier stehe nicht okay dann eben nicht weil ich gespeichert habe oder was ich würde zuvor unentdeckte normen in der nähe auf bei höheren levels die reichweite größer wähle mehrere figuren aus um die reichweite zu erwähnen mit titel ich gucke jetzt irgendwie mehr auf die titel jetzt manche für sachen der erddrachenzahn schatten stock stand schock meine ich falsch stoß und so erden pulsiert das ist zum beispiel golden was bedeutet das ist nicht golden hat so eine umhandlung hat in der hohe art ist oder nehme ich an aber sie kann überall gleich nur lernen sondern dann sind hier einige silber hat bedeutet hat sie hat schon lange irgendwie alle selber was bedeutet hat das mal erstmal alles würde ich sagen weil sie war ja wieder kurz vor mir ab objekte kommen auch noch weißer verjüngern ja ok ok steigt die schwindigkeit auf karte um zehn prozent ok von bekomme ich anscheinend die ganze zeit welche ok dann gehen wir mal zum gast aus aber sprechen wir vorher noch mit attack weil da ist ein ausrufe zeichen also sprechen wir mit dem ich danke sich auch noch dank der sich auch noch ... und ich hab auch mal einen Rundfunk und ich hab auch noch ein paar. Ich hab auch nicht gewusst. Ja, ja. Wir sind mit einem guten Freund. Ich hab gesagt, wie die andere Frau ist. Nein, nein. 49 ist viel zu sein. Das ist so ein Schock. Wir sind alle auf einen sentimentalen Tag. Warte mal, gibt's nicht nur 50? Hä? Warum so ist das? Das ist ein kleiner Mann. Was ist das? Was ist das für die andere Mannschaft? Es ist egal, dass wir eigentlich positiv sind. Wir alle denken, dass die Gedanken in den Kopf, und ich denke, dass es so schön ist. Es ist egal, dass die Gedanken, aber es ist die Wahrheit. Wenn du siehst, dann holst du dich. Wenn du siehst, dann wirst du dich. Ich bin froh, dass du dich mit einem仲間. Ich bin froh, Sakai. ja das ist jeder grund warum alle 49 alle 50 von dem verstreut sind da super hey wie läuft es hier hatte wie sie wie die aussieht erwacht der große baum langsam wieder zum leben wie es aussieht meine ich okay super gemacht leider ja mal zum gast aus und uns aus weil es anscheinend so aus und dass er nicht so schnell verkraften kann also die macht sie hätten nämlich an es geht letztliche fähigkeiten ok ha 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 von dem uhr von dir okay irgendetwas sagt mir etna mark normans nicht so okay wenn die alle so aussehen wie der tag dann kann ich sie aber erst gesagt auch nicht leiden das wäre so ein nerviges tels oftmals kotchen diese bis jetzt alle nervig absichtlich nervig warum machen die das geht und sind sie doch also bedrohlich verhüllte eier das geht ein ok ich habe ein bisschen eintönig ne ich bekomme schon trofäe gasthaus tour ok Wie ist das? Das ist gut, gut gut. Das war das letzte Mal. Das ist ja so. Hey, warum hast du mich gefeiert? Das ist immer das Schrei. Das war gut. Wie ist das? In einem schönen Ort? Egyu? was ich vielleicht erst mal ein vertrag das lesen es hat die stellen von attack Ich habe den Regen von Ledi-Lay, aber es ist ein wenig Zeit, aber es ist ein wenig Zeit. Wieso? Das ist ein Wälder! Das ist ein Wälder! Kann ich den Wälder um Wälder um Wälder zu retten? Man kann nicht nur ein Wälder, aber nur nur ein Wälder. Man sieht auch ein Wälder. Man sieht auch ein Wälder. Aber es ist ein Wälder. Ich habe ihn mit dem Wälder. Ich werde es 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 mit dem Wälder. Ich danke Ihnen mit dem Wälder. Hey, warum hast du so viele Dinge gemacht? Warum? Ich werde mich nicht auf dem Wälder. Ich warte vom Wälder. Das ist ein Wälder. Das ist eine Wälder. Das ist eine Wälder. Was ist ein Wälder? Ich kann mich nicht auf dem Wälder. Aber wenn du das Wälder bei den Wälder sehen bist du? Dann war mir das Wälder. Dann wälder. was auf dass er keinen assassinen begegnet und nicht nur mal so sagen steht schon okay das so blöd hat man hier so rumgehen muss ich ja nur darum gehen kann aber egal jetzt ist doch was ich meine oder haben wir gerade runde geschlachtet wir sehen doch schon jetzt böser aus ja 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 Ich bin Hjoma. Ich bin nur ein Schweres. Aber ich bin nur ein Mensch. Ich habe einen Gelegenheit. Oh? Ich bin die Kudach-Kudach-Kudach. Ich habe keine Schweres. Ich bin nur ein Arbeit. Ich bin der Kudach-Kudach. Ich bin der Kudach-Kudach-Kudach. Was ist das? Das war's für heute. Warum tun uns alle sowas unterstellen? Wenn du in diesem Fall hast, dann gehst du dazu. Das ist das. Okay, klingt logisch. Das 5.000 Geld, die Waldmänner anzeuern. Ja, meinetwegen. Es sind Söldner, also. Die sollten eigentlich für Geld arbeiten. Das sind Söldner. Die tun ihr Leben riskieren, um zu kämpfen. Nein, das sind Ritter. Ja, genau. Ich kann ihn sogar verstehen. Wenn du in diesem Fall wirst, dann kann ich das. Ich bin mit dem Team. Deswegen werden sie mit dem Leben verletzen. Wir sehen uns mehr, Frau Frau. Nein. Es ist eine gute Idee. Ich habe die Worte, die Schmerzen und die Schmerzen her. Das ist ein wenig, Schmerzen. Ihr habt alle Verstärken. Ihr könntet die Schmerzen. Deine Schmerzen, der geht auf den Schmerzen. Die Schmerzen, der schmerzen, der schmerzen. Die Schmerzen, die Schmerzen, die Schmerzen. Ah, die Hälfte. Gut. Und man hat die Sicherheit der Stadt und wir haben die Lage voll im Griff. Wie zulässt du deinen Teil des Abkommens erfüllst? Okay. Äh, ach ja, wir müssen raus, um den Helion zu erledigen. Stimmt. Ich hoffe, das wird nicht irgendwie nach hinten losfallen. Der Typ sieht irgendwie aus, als könnte er Ärger machen. Weil sieht noch ein bisschen vertrauenswürdig aus. Leider so ein Aetnas Fertigkeiten-Lektion. Und Gruppen. Wat? Eine Woche schon vorbei? Ja. 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 Ich sehe ja, wie lang die Wochen sind. Ähm. Hast du noch Ausrüstungen mit offenen Fertigkeiten? Ich kann sie nett und hübsch herrichten. Wat? Ähm. Damit ist es erstmal geholfen. Wenn du mehr brauchst, dann rufe mich zum Herrscher des Landes. Normen findet man an vielen Orten. Normen können Fertigkeitseffekte für die Fertigkeiten erzeugen, die ihren Namen tragen. Such in jedem Gebiet Normen und zeige ihnen Ausrüstungsfähigkeit mit Fertigkeitsfeldern, damit sie ihre Fertigkeit einfügen können. Dann benutzt du das Menü Herrscher des Landes, um deinen Normen zu konfigurieren. Okay. Cool. So, das heißt, wir können, weiß ich nicht, die Effekte jederzeit zufügen, oder was? Jetzt nochmal da rum zum Speicherpunkt. Guck mal beim Herrscher des Landes. Okay. Ah, da sind die Typen, oder? Was? Wo denn? Ah! Blumen des großen Baumes. Der große Baum in voller Blüte. Cool. Kleine, bitte ey. Guck mal. Ey da! Diese Wanderl hat einen Haare und contradictw Vielen Dank. Wunderschöneальным Haaren Korenen und Shine und flag объясst auf die west loin zu den Klekenusen. Youth und技術 corporaten, die zur Hand sind versetzt, wie das Marieriot dinsch extendhte candles. War am Ende zwar. Das sind Menschen glaube ich mal. Odetteer, meine Damen? Ich will nicht mehr von Frau auf. Okay, cool. dann lass mal herrscher ist landes gucken ich noch mehr einstellen attack defense ok bist du das ding was an etnas schirm und hängt also wir haben die schon mal dann speichert euch mal her und ich hoffe da ist nicht schon ganz geht und wir sehen uns dann in der nächsten folge von let's play tales of hysteria ich bedanke mich alles für zuschauen und sagt tschüss bis zur nächsten folge